Hallo wieder draußen, hier ist dein Semmelwanderer. Ich habe gerade was krasses gesehen und zwar Geiselnahme irgendwie in Dresden. Ich habe es voll verpasst, weil ich bin heute mal wieder am Arbeiten, bis heute Abend noch. Und dementsprechend habe ich es gar nicht gesehen. Ich gucke es mal mit euch zusammen rein, was da eigentlich abgegangen ist. Ich weiß es gar nicht selber. 13.02, das ist voll aktuell, ist jetzt 13.07 bei mir. Geiselnahme beendet, Täter gefasst, Geiseln unverletzt in Dresden. What the fuck, was ist da passiert? Die Geiselnahme in Dresden ist beendet, der Täter sei gefasst und verletzt, teilte die Polizei mit. Die Geiseln seien unverletzt geblieben. Zuvor war in der Stadt eine Frau tot aufgefunden worden. Nahe dem Hauptbahnhof habe ein Mann mit einer Schusswaffe gedroht. Oh Gott. Jetzt musst du dich ja inzwischen fragen, welche Schreckensszenarien sind da? Normale Kriminalität, Reichsbürger oder Migrant? Ich habe keine Ahnung, ich gucke mit euch selber jetzt rein. Lassen wir uns überraschen. Die Geiseln, die ein Mann in Dresden genommen hat, sind frei. Ein Mann. Da ist er wieder, der ein Mann. Wie die Polizei mitteilte, seien sie nicht verletzt. Ein fürzüglicher Mann hat am Samstag Vormittag in einem Einkaufszentrum in der Dresdner Innenstadt mehrere Menschen in seine Gewalt gebracht. Vielleicht war es auch ein Rentner. Die sind ja auch gefährlich, wissen wir ja inzwischen. Die Polizei war mit einem großen Aufgebot vor Ort. Eine Verhandlungsgruppe und ein Spezialeinsatzkommando des Landeskriminalamtes seien zur Unterstützung herangezogen worden, teilte die Polizei mit. Vielleicht war auch jemand verzweifelt, weil er seine Rechnung nicht mehr zahlen konnte für seinen Strom und seine Heizung. Ich witzle jetzt so ein bisschen rum um, aber ernsthaft, sowas kommt vor. Am Morgen war im Stadtteil Prolis eine Frau tot aufgefunden worden. Das klingt schon mal nicht gut. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage sagte, wird eine Verbindung zu der Geiselnahme der Innenstadt geprüft. Vielleicht Beziehungsdrama, kann alles möglich sein. Man weiß ja halt wieder nichts von den Hintergründen bisher. Ich gehe einfach mal davon aus, es wird sich bis zum Ende des Artikels auch nicht ändern. Mal schauen. Außerdem befasst sich die Polizei mit einem Vorfeld in der Nähe des Hauptbahnhofs. Dort sei am Vormittag ein Mann mit einer Schusswaffe in ein Gebäude eingedrungen und habe Anwesende bedroht. Das Deutschland, ne? Verletzte gab es demnach nicht. Dem Polizeisprecher zufolge könnte es sich bei allen drei Vorfällen und denselben Täter handelt, gesichert sei dies bisher aber nicht. Bin ich der Einzige, in dem es schockiert, dass jemand, wenn das so wäre, die ganze Zeit frei rumlaufen kann? Aber gut, die Polizei tut, was sie kann. Möchte ich meinen. Hoffen. Zunächst hatte die Polizei das Einkaufszentrum, Altmarktgalerie und angrenzende Bereiche evakuiert. Die Polizei bat Anwohner und Besucher, die in der Innenstadt fern zu bleiben. Das beste Deutschland, in dem wir je gelebt haben. Wegen des Großansatzes blieb der Striezelmarkt, einer der bekanntesten Weihnachtsmärkte in Deutschland, zunächst geschlossen. Laut Polizei kam es außerdem zu Verkehrseinschränkungen, betroffen war auch der öffentliche Nahverkehr. Das Bündnis genug ist genug, das sich für mehr Unterstützung für Arme einsetzt, sagte eine für den Nachmittag geplante Demonstration in der Dresdner Innenstadt ab. Was zum Henker ist da passiert? Wir erfahren faktisch wieder gar nichts. Es ist wieder völlig offen, das kann alles sein. Ist das jetzt so, weil man es nicht mehr so weiß oder möchte man es uns wieder nicht sagen? Gebt mir davon aus, wenn es ein Reichsbürger gewesen wäre, wüssten wir es. Und dann hätten wir auch ein unverpixeltes Bild, falls sich das mal aufgefallen ist. Bei allen möglichen Leuten, die irgendwie vergewaltigen oder so, gerade wenn sie einen Migrationsdruck haben, ist immer schön das Foto verpixelt. Habt ihr mal geguckt, wie was bei den Reichsbürgern war? Ja, was soll ich dazu sagen? So, was haben wir denn hier? Chefredakteur, hier ist ein Mensch getötet worden. Ich bitte Sie über ein wenig Pietät. Aha, das zeigt schon wieder, dass im Kommentarbereich wahrscheinlich viel spekuliert wurde und wahrscheinlich Kritik laut wurde an der Welt, dass hier keine Informationen drinstehen. Wenn ich sowas vom Chefredakteur schon sehe, so eine Ermahnung. Liebe Leser, verhalten Sie sich ordentlich. Okay. Ja, und Sie wissen, alles was Sie wissen, haben Sie uns gesagt. Ja, natürlich. Kann sogar sein, vielleicht gibt man ja auch nichts raus. Mal gucken, ob wir hier was haben, was wir nicht wissen. Ja, es ist hier, konkrete Informationen werden gefordert. Ja, genau. Ich würde wieder spekuliert, dass wieder uns was verschiegen wird. Hier steht, es war ein Deutscher. Kann sein. Irre gibt es genug, ne? Was haben wir hier? Und das jetzt finden Sie, nein. Und das finden Sie jetzt einen substanziellen Beitrag. Ja, es weiß ich auch nicht. Tja, Beziehungsdaten hat es natürlich egal. Wie gesagt, alles Spekulationen, wenn ich hier nicht was genau aussehe oder auch einen Link zu was anderem. Tatwächter ist ja der 40-jährige deutsche Sohn der Frau. Okay, das klingt also wie eine Beziehungstat. Eine grausige. In der Vorwanderungszeit ist ja wieder ganz schlimm. Finde ich schön. Ähm, gibt es da jetzt was Neues zu irgendwie? Ich gehe nochmal kurz gucken. Aber ich tapp hier völlig im Dunkeln. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Immer das Gleiche. Jetzt gucke ich mal ganz kurz auf den Fokus. Möglicherweise ist die Einstellung jetzt so, dass ihr nichts seht. Ich gucke mal ganz kurz. Täter gefasst, da ist die Geiselnahme in Dresden. Schauen wir mal, ob ich hier noch was für euch rausholen kann, eventuell. Die Mutter des Täters wurde morgens tot in ihrem Wohnhaus gefunden. Ja, Beziehungstat schätze ich. Meine Mutter und ihr Kind psychisches Verhalten auf. Ja, die sind immer psychisch krank. Es gibt, ist euch aufgefallen? Es gibt eigentlich gar keinen mehr, der schuldhaft handelt. Es gibt auch keine böswilligen Menschen mehr. Die sind immer psychisch krank. Also fast immer. Und natürlich weiß man wieder nichts über den Mann. Auch klar. Und es deutet alles über eine psychische Erkrankung hin. Das ist immer so lustig, ne? Die wissen nichts. Haben keine Ahnung. Haben den Typ gerade verhaftet. Aber wissen sofort, psychische Erkrankung. Wie machen die das? Mit Ferndiagnose? Oder haben die so Psychologen, Polizeidienst? Die machen so eine Schnelldiagnose. Oder wie? Ne? Ich dachte, dafür gibt es Gutachten für sowas. Die ein bisschen länger dauern. Aber natürlich. Psychische Erkrankung. Okay. So, muss ich ganz kurz mal unterbrechen. So. Weihnachtsmarkt war geschlossen. Ja, Weihnachtsberg. Die werden noch ständig abgesagt. Die Gründe sind jetzt mal nicht einfach inzwischen. Könnte auch wegen Klima noch passieren. Würde mich auch nicht wundern. Ja, gut. Also auch hier erfahren wir irgendwie nicht viel. Hier im Kommentarbereich viel. Tja. Gut. Ich kann euch nicht mehr sagen. Tut mir leid. Es steht nicht mehr drin. Ist wie es ist. Dass sowas an der Tagesordnung ist, finde ich bedenklich. Nein, finde ich mehr als bedenklich. Wenn ich etwas Neues erfahre, sage ich es euch. Auf jeden Fall. Mehr ist gerade nicht drin. Macht's gut. Folgt mir. Und guckt euch bitte den Kochlöffel des Todes nochmal an auf meinem Kanal. Der läuft ganz gut. Würde mich freuen, wenn ihr daran partizipiert. Macht's gut. Und lasst ein Abo da.